So, heute sind wir in der Au Po Marina. Das ist eine der, eigentlich glaube ich, die neueste Marina mit, die sie hier auf Pocket gebaut haben. Aber ja, schon wieder ein paar Jahre her. Und als ich das letzte Mal da war, da war das alles noch ein bisschen im Bauzustand. Wir hatten hier mal eine Regatta, die von hier weggingen. Ja, lang ist es hier. Boote stehen. Das sind ja wirklich kleine, davon abgesehen. Das gehört im Team aus Hollywood. Ach, da ist es ja. Ja, das ist die Overblue. Ja, da können wir doch ein paar Kisten Bier mitnehmen, sagen. So, der erste Eindruck. Hier kann man natürlich auch mit übernachten. Kleine Kabine. Oh, oh, oh. Was groß die Nacht da ist, ne? Hat er da gemeint. Ja, aber da müsstest du wieder machen. Vorsicht, Stufe. Schon verletzt. Zwei Schlafkabinen sind drin. Jetzt geht es ja irgendwo nach oben, gell? So. So, jetzt wird das Essen angeliefert oder ausgeliefert, Frühstück. Und dann wird das Essen angeliefert. Gut. Gut, Servant. Welche ist das? Ei, Ei. 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 Tuna. Tuna und Egg zusammen? Ja. Mixed. So, wir laufen aus. Es ist gerade ein bisschen Modelshooting hier angesagt. Darum sind auch die Mädels dabei. Musik ist ja wieder gar nicht nach meinem Geschmack, aber ist halt so. Da musst du auch ablassen. Wenn du da runter gehst, kannst du ja schon mal über das Boot fahren. Das ist schwerlich eigentlich. Und da ist ein kleiner Motor, oder? Warte mal wo der ist. Warte mal. Warte mal. Warte mal. All over Thailand. Expensive. The most expensive. Also der teuerste Guide Thailands. Der schlafende Guide. Also es ist halt immer wieder schön hier. Und jetzt? Und jetzt? Und wo sind wir denn jetzt? Und hier? I've been there before. I've been there before. I've been to this one with Charlie. Long time ago. Badente Airbus aus Nassinger on this island. Und da drüben ist Koyao Jai hier. Auch sehr schön, beginnt ja immer noch Koyao Neu. Musik Wenn es euch gefallen hat, dann meldet dich bitte auf unseren YouTube-Kanal ein.